Ja, Freunde, so einfach kann es gehen. Wir starten den Part hier mit einem Herztintenfisch, den ich gerade zufällig entdeckt habe und fallen direkt ins Skelett rein. Ja, wir befinden uns immer noch hier in diesem zweiten Dungeon auf dem Spinnennetz, auf der Spinnennetzinsel, oder? Ist es richtig so? Jedenfalls voll der Horror und so, ihr wisst schon. Wusste im letzten Part nicht so ganz, wie es weitergeht, aber das ist Schnee von gestern. Wir sind halt gerade auf dem Weg wieder nach oben, sind eigentlich auch gleich wieder an Ordnung und Stelle, denn ihr seht, hier unten ist der letzte Generator. Wir müssen drei Generatoren oder Stromversorgung oder was auch immer finden und da gehen wir jetzt einfach mal hin, denn wir haben einen Schlüssel gefunden und hier ist das Schloss dafür. Ganz simpel an für sich. Und es ist echt gut, dass ich den Herztintenfisch per Zufall entdeckt habe. So, jetzt habe ich das aktiviert, alle drei sind voll running. Ich zeige es mir auf der Karte hier unten. Lass ich mich jetzt einfach fallen. Frei wie der Wind. Die Lichter sind an. Es ist bereit, aktiviert zu werden. Yo, mach das. Aktivier es. Sag mir nicht, dass ich noch irgendetwas Komisches dafür brauche. Ähm... Ich aktiviere es. Muss ich irgendwie beschießen? Nein. Achso, warum? Warum so? Ich hätte es doch mit den Haaren bestimmt machen können. Gut, es ist aktiviert. Ah! Na, sieh mal einer an. Das gibt Wind. Jetzt habe ich es gecheckt. Das ist eine Windmaschine. Na, hallo, Tri. Läuft. Mal wie es läuft. Ihre Nase läuft. Mal sehen, wie weit das geht. Oh, hier ist ja der Raum zu Ende. Erbärmlich. Jämmerlich. So, jetzt nicht vergessen, dass da ein Schloss ist. Der nächste Schlüssel ist dafür. Oh, jetzt wird gekämpft. Oh, seit ihr klein und bissig. Das sind ziemliche Schwäschlinge, oder? Noch. Das war bestimmt nicht das Ende der Fahnden. Oh, da sind ganz... Ja, da sind wieder zwei davon gleich. Echt? Are you serious? Yes, I am serious. Und who are you? Ja, ist... Dammit. Kann's nicht... Kann's nicht sein. Für so Kämpfe sind eigentlich diese ganzen... Hier, erhöht kurzzeitig deine Angriffskraft. Aber ich werde das nochmal aufheben, weil die haben wir jetzt bestimmt gleich. Aber beim Boss werde ich dann bestimmt mal meine Angriffskraft erhöhen. Äh... Hat die echt eben mir so viel Energie abgezogen, oder hatte ich mich nicht geheilt? Die ist schon stark. Ja, das ist die Fall, du blöde Sau. Es... Die Masse macht's. Die Masse macht's. Ich halte mich ein bisschen zu viel gerade. Wenn andere Items mal... Angebracht hat. Egal. Hab's ja geschafft. Der Raum, ja der Tempel, der Dungeon, der dürfte ja nicht mehr allzu lange gehen, oder? Was meint ihr? Hab's ja schon jetzt... Einen satten Part beim letzten Mal durchgemacht. Reicht das? Natürlich reicht das. Hier gibt's den Schlüssel, den ominösen. Ja, man kann ja immer sehen, wie lange der Tempel noch geht. Wenn man hier die Karte betrachtet. Und der ist viel größer als der erste. Muss man so stehen lassen, muss man so stehen lassen. Dem ist so. Aber mit dem Item weiß ich schon mal, was wir so alles reißen. Reißen können, im besten Falle. Ich will das untersuchen. Hätt sein können. Hätt sein können. So. Kein Bock hier da oben? Nein? Dann lass ich euch auch in Ruhe, ne? Also, wer mich in Ruhe lässt, den lass ich auch in Ruhe. Manchmal. Wie du mir, so ich dir. Ah ja, verstehe. Boah. Das ist wieder so Instant-Death-Gedöns. Dabei sind wir erstmal richtig gut durchgekommen. Richtig gut durchgekommen sind wir. Okay. I like that. Reicht früh ausflippen. Ich stehe da nichts weiter. Ich gehe immer... Diese komischen Gitter, die machen mich... Die sind echt verdächtig. Ich haufe mir da immer ein Herz, Tinten, Fisch. Aha. Das riecht hier nach Boss. Ihr wisst, dieser alte, mutrige Geruch, Herzen verteilt sind und Speicherpoint. Dann riecht es immer so widerlich nach Boss. Pfui. Und diese solche Türen erst. Gut. Dann schon geschafft. Jetzt noch den Obermutz auf die Nuss geben. Ach ja, da war doch was. Da war doch was. Spinnenkaiserin, Königin des Geplauders. Angenehm, deine Bekanntschaft zu machen. Ja, ich wollte... Ein Schlucklisten Angriffskraft für kurze Zeit explodieren. Ich mach's einfach mal. Auch wenn ich nicht genau weiß, wo ich... Oh, 17, ey. Ist ja mal richtig heftig, oder? Hab ich dich fast? Auf jeden Fall schon verdammt viel Energie, was ich denn abgezogen hab. Feuer! Wow. Kauf denn Feuerlöscher oder Rauchmilder. Jetzt kommst du nicht mehr so dazu, die zu treffen, ne? Halt so häufig. Weil sie Turbo reingelegt hat. Sag mal, ohne Witz. Wenn ich immer nur sieben oder geschweige sogar fünf nur anrichten könnte, wird das ja niemals was, oder? Zu früh gesprungen. Sag mal, keine Spinne Feuer. Aber was weiß. Das ist ein ganz schön hektisches Vieh. Ah, jetzt bin ich auch nur noch bei sieben, ne? Da geht er down, da geht er down. Und tschüss, Mann, geh baden! Ja, intelligent eingesetzt, meine super Monster-Dingsbums. Hätte sonst wahrscheinlich viel zu lange gedauert. Und Shantay freut sich mal wieder ein Ast ab. Sie schwebt förmlich. Und wieder einer. Tinkerbett schon wieder. Hey, komm zurück! Eine neue Karte. Gut, das macht jetzt schon in der Masse sehr verdächtig. Anscheinend will Risky, dass wir die Karten bekommen, irgendwie. Weil es sind ja ihre Untergebenen. Also Risky hat damit mehr am Hut, als er zu glauben machen will. Vielleicht steckt sie immer noch mit dem Pirate Master unter einer Decke. Ja, doch, doch, doch. Ich hab's geschafft! Das ist eine Quelle des Bösen Weniger für den Pirate Master. Ich sage besser schnell Risky Bescheid. Das ist ne... Das ist ne durchtriebene Story dabei. Okay, ja, wir speichern das gut. Das ist ne super Idee, ist das. Und wir müssen dann zurück... Und Geld ausgeben. Achso. Ja, ja, das ist dieser Bereich gewesen, wo... Sollen wir den Zombies Tschüss sagen? Haben wir eigentlich schon, ne? Nicht unnötig den Abschiedsschmerz in die Länge ziehen. Hallo! Kann ich jetzt irgendwas machen? Ach, der bringt mich direkt. Warte. Ich muss nochmal gucken. Ah, ja, ja, ja. Alles klar. Dankeschön! Mann, Mann, Mann. So viele Untote. Was wollen die alle hier? Urlaubsparadies. Aber ich hab's gesagt, hier kann man bestimmt ganz gut an Geld rankommen. Oder man geht in diverse Dungeons. So, wackel... Wackel, Bubi. Oh, Entschuldigung, ich hab dich gar nicht vorgelesen. Ja, ich hab die Karte gefunden. Und den Hut. Ich dachte nur, du würdest dich darüber freuen. Ich habe an meine Männer gedacht und den Fluch, der sie kontrolliert. Wir sind alles zusammen unter dem Kommando des Pirate Master gesegelt. Das ist ein Übersetzungsfehler. Ich hab's auch noch vorgelesen. Wir sind alle zusammen. Der Pirate Master ist clever. Er erwartet, dass ich nach meiner Pistole und meinem Hut suche. Deshalb hat er sie hergebracht, um sie mit dem Bösen zu verschmelzen. Er nutzt meine Waffen als Köder. Er plant den Fluch auszulösen, um mich wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Ich kann nicht glauben, dass es beinahe auf so einen offensichtigen Trick reingefallen wäre. Ist dieser Grund, warum du nicht mit mir mitkommst? Weil du unter denselben Fluch stehst wie deine Männer? Ich habe keine Angst vor ihm. Das hab ich auch nicht gesagt. Ich verabscheue ihn. Er soll zurückkehren, damit ich ihn eigenhändig vernichten kann. Ich wollte dich nicht aufregen. Aber hey, wenigstens reden wir endlich mal auf miteinander, nicht? Es tut gut, wenn uns etwas loswerden kann. Ich warte an Bord auf dich. Bräunungskarte. Bräunungskarte. Bin gespannt, was die nächste Insel ist. Ah, ja, so Wüstenkram. Aber nicht mit mir. Weil wir jetzt hier noch einiges lösen können. Ich müsste mal gucken. Ich komme mal immer ein bisschen... Ich gehe jetzt mal nach rechts. Ich gucke mal, weil ganz links können wir jetzt ja weiter mit dem Hut. Ich muss das reinziehen. Ja, okay, okay, okay. Nicht der Rede wert. Aber ich gehe jetzt erstmal den Tinten-Dings holen. Das Herz sei, das wird man so bekommen. Waren ja sogar mehrere. Weiter hinten noch eine. Das war gar nicht hier. Das war ja ja auch nicht hier. Stückchen weiter, Burschi. Mädel. Wir haben auch noch Zeit. Der Part ist ja nicht lang. Einiges reißen und im Shop einkaufen werden wir. Wir werden shoppen wie keine zweite. Das Chantel eine große Shopping-Queen ist. Das habe ich mir fast gedacht. So, der war... Seht ihr mit dem Hut? Nicht der Rede wert. Kommen wir jetzt ein bisschen in den Wald da, oder? Ist okay. Immer speichern, wenn es geht. Kostet nichts. Ja. Da war noch einer und den will ich haben. Dann werden wir hier fertig, glaube ich. Also was die Herzzintenfische angeht. Weil hier gibt es irgendwie noch so viele Crab Beats, oder wie sie heißen, zu entdecken. Hier geht es auch lang. Hier ist zum Beispiel einer. Nicht der Rede wert. Aber es ist trotzdem noch zwei Stück, die irgendwo versteckt sind. Wahrscheinlich auch ganz links bei dem Bürgermeister vorbei. Also Orte, die ich jetzt erreichen kann mit dem Ding. Das andere mit den... Ja, die Mauern kriege ich ja nicht weggepächt, sondern... Oh, der ist ja wirklich hoch. Das ist fast schon wieder zu hoch. Ach nee, oder? Der ist zu hoch. Da braucht man wieder eine andere Fähigkeit. Der könnte mir ja schreiben, ob ich recht habe. Aber es muss so sein. Eieieiei, und ich hatte gedacht, an den komme ich ran. Falsch gedacht! Falsch gedacht! Wart mal, ich habe doch was gehabt. Um direkt zum Hafen zurückzukehren. Wo bin ich jetzt aus? Bin gespannt. Ja, das läuft. Aber wo bekomme ich den denn immer her? Wenn ich keine mehr habe? Kann ich kaufen, oder? War jetzt sinnvoll. War jetzt sinnvoll, wie ich finde. So, habe ich denn vier... Ich habe wieder vier Tintenfische. Ist ja geil. Ich kann mal wieder einen Herzhalter holen. Sehr geil. Sehr schön. Mehr Energie braucht das Land. Los jetzt! Gar nicht brutal. So. Nice, nice, nice. Und jetzt in den Shop. Ich will auf jeden Fall die Haare noch stärker machen. Kann man hier kaufen, aber kostet ein bisschen viel. Super Pikenball 3 ausverkauft. Shampoo auf jeden Fall. Egal. Hat mir... Hat sich gelohnt. Harter Tritt. 400? What? Wie gesagt, ich werde jetzt demnächst mal... demnächst mal... Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Aber ich werde dann... mir Geld holen und dann mir mehr leisten können. Und dann zeige ich das euch auch. So, und der Rest war jetzt nicht wichtig. War nicht so wichtig. Ich soll doch in die Werkstatt gehen. Chanté, bist du gekommen, über einen langen und öden Vortrag über Abenteuer zu hören? Äh, nein, ich wirklich. Es gibt vier Arten von Helden auf dieser Welt. Jene, die ihre Aufgaben mit minimalem Aufwand erledigen. Jene, die langsam aber gründlich sind und jeden einzelnen Schatz einsammeln. Jene, die schnell arbeiten und ihren Erfolg nur in Geschwindigkeit messen. Und schließlich jene Helden, die alles einsammeln und trotzdem sehr schnell sind. Jeder dieser Helden erhält eine Belohnung, die seiner Leistung entspricht. Aber was für eine Art bin ich, Onkel? Das hängt von dir ab. Okay, du bist am Ende des Spiels irgendwie ausgewertet. War das alles, was du mir erzählen wolltest? Was wichtig ist, dachte ich. Aha. Aha, aha, aha. Kalt's ja auf, mein Haus, ne? Bringt nichts. Wir gucken hier links beim Bürgermeister. Der hier noch immer chillt. Schläft er? Ich habe von jemandem Gerüchte über den Pirate Master gehört. Ha, ich muss diese furchtbaren Klagen komplett aus meiner Erinnerung gelöscht haben. Ich bräuchte fünf Fleischlutscher, die nur eigentlich neun sind, um mich zu beruhigen. Was ist denn für mich? Ich glaube schon. Du hast nicht genug Fleischlutscher. Wo kriegt die her? Fleischlutscher? Was? Übel schmeckendes Essen? Das ein wenig Energie wiederherstellt. Wo kriegt man die her, Freunde? Spuckt's aus. Hätte sein können. Hätte sein können. Aber die Karte sagt doch, dass es da links noch weiter geht. Aber noch nicht mit dem, was wir haben. Äh, vielleicht kommen wir dann irgendwie, wenn wir ihm seine neuen Fleischlutscher gegeben haben, da weiter? Kann das sein? Geht das? So, ach, wie die Pistole ist stärker. Ich weiß auf jeden Fall noch einen Ort, wo wir hin sollen und auch hingehen werden. Pass mal auf. Da war der Laden, da war das. Und jetzt möchte ich hier reingehen und gediegen abspeichern. Und das war's für diesen Part. Wie gesagt, Offscreen, Geld und dann gibt's jede Menge neue Moves. Und wir betreten die neue Insel im nächsten Part. Das dürft ihr nicht verpassen. Daumen hoch. Bis dann und ciao.